So, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe kein Holz gehabt und habe im Lichte des Eisenschmelzvorgangs geschlafen. Ich habe auch kein Papier mehr für eine Karte, aber ich habe Wehrwölfe um mich herum. Wehrwölfe, die mich ins Wasser schützen, fast töten. Und hier gab es eine Festivität-Siedlung und eine richtige Siedlung und eine Spinne, die auf mich lauerte. Und zwei aggressive Wildschweine. Okay, okay, sie waren Hamburgs. Aber hey, jetzt reicht es langsam. So, Schill fertig gern, Schill fertig gern, Schill fertig gern. Da ist ein Wehrwolf. Ich habe keine Lust mehr auf die Viecher. Kein Schill, vier. Kein Schilf, keine Karte, keine Bäume, keine Sprösslinge. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich denn irgendwas kaufen in der Stadt? Sie ist noch sehr neu. Wahrscheinlich nicht. Ich könnte Eisen verkaufen, toll. Ich kann Kobbelstern verkaufen, das ist doch immer ein bisschen was. Aber ansonsten stehe ich hier echt doof da. Ganz viel Getreide, aber nichts für eine Karte. Und hier ist das Ende. Was ich meine, ich hatte Schilf dabei. Nicht, dass ich das verloren habe. Diese Bucht an sich ist schon der Hammer. Da hinten ist Schilf, okay. Hier, ne, zu groß ist schneller. Ein Boot bauen. Da ist Schilf. Nein, blöder Hin- und Rückweg. Dann muss ich das Holz hier gleich mitnehmen. Moment, ich habe in der Basis übernachtet und die Basis nicht notiert, weil ich kein Holzfahrt verrate. Das rück ich nach. So viel Zeit muss sein. Ah, warte, warte, warte. Oh, warte, warte. So, das ist... Gottverdammt, das ist der Südost-Steppe. Ach, nee, Steppe ist ein blöder Name für eine Basis. Okay, reichlich Holz. Nein, das warte ich woanders. Das ist ärgerlich. So, Südwestis. Südwestis, 7, 3, 7, 2, egal. Das ist mir immer ziemlich wurscht. Aber das Ding finde ich doch nie wieder. Ich brauche Licht hier. Ich muss hier wirklich ein paar Fückeln bauen. Aber von welchem Holz? Das ist... ...hetzend. Ich bin genervt, dass ich zu viel Holz verkauft habe in der Stadt. Ja, klar. Und ab dafür. Und weg mit dem Ding. Lieber Bäume pflanzen. So. Ein paar Fasseln kriege ich hier noch zusammen. Hepp, hepp. So, Gott, war das Spiel schwierig, als man noch keine Holzkohle machen konnte. Das ist jetzt viel zu einfach. Ernte, 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 und hepp. Und da habe ich vier verkauft. Eine gute Anzahl. Das reicht zumindest, um diese Stelle hier gut zu markieren. So. Dann wollte ich ein Schiff bauen. Ja, das kann ich jetzt auch hier. Um das Schiff zu holen, um eine Karte wieder zu machen. Alles nur für eine Karte. Mann, Mann, Mann. So, gib mir ein Schiff und nimm es mir nicht sofort wieder weg. Schiff. Von wegen Schiff. Das ist noch nicht mein Segelboot und ich den ist doch ins Segeln. Irgendwann nenne ich es Space Shuttle. Aber ja, also da sitzt da, dass irgendwas schief geht. Okay.